Hallo Leute, ihr habt hoffentlich mitbekommen, dass im Frühjahr meine allererste Solo-Tour Startschuss losgeht und ich suche noch Chöre, die Lust haben, mit mir zusammen aufzutreten. Es geht um drei Songs. Macht das Maul auf, kennt ihr vielleicht schon. Ein Engel kennt ihr vielleicht noch von den Wise Guys und der dritte bleibt eine Überraschung. Für jeden Song gibt es natürlich Noten, aber wir haben die Arrangements auch für euch zum Üben eingesungen. So kann sich jede Stimme einzeln hören, zum Beispiel nur der Sopran. Oder der Sopran links und alle anderen Stimmen rechts. So könnt ihr euch das hin und her pannen, wie ihr es gerade zum Üben braucht. Die Vorbereitung wird für euch so zum Klacks. Bewerbt euch einfach auf eddiswelt.com slash Chor. Ich freue mich riesig auf euch. Bis dahin. Abonnieren.